Servus Freunde, heute mal wieder was Neues. Ich möchte euch einen neuartigen Tarp-Aufbau zeigen. Und zwar, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, der ist vom Ritsch, vom Kanal Ritschans. Verlinke ich hier oben. Danke an dieser Stelle für den geilen Aufbau. Ich habe den im Garten schon probiert und jetzt baue ich ihn hier mal für euch auf zum Herzeigen. Und der ist wirklich gigantisch. Das Ganze funktioniert eigentlich nur mit einem quadratischen Tarp. Also 3x3 des dB wäre optimal, ob das jetzt Atatank oder sonst was ist. Es sollte auf alle Fälle quadratisch sein oder 2,90x3 Meter. Das geht an, aber muss quadratisch sein. Und wie das jetzt ausschaut, zeige ich euch gleich. Ich richte mal alles her und dann schalte ich euch wieder dazu. Ja Freunde, das Tab liegt einmal da. Was ich gleich sagen muss, es liegt verkehrt. Also quasi mit der Innenseite nach oben. Und jetzt brauchen wir einmal drei Heringe. Ich habe mir da heute welche geschnitzt. Und zwar, wir nehmen die heruntere Seite und stecken einen rein. Dann nehmen wir auf der herüberen Seite den mittleren und gehen direkt etwas auf Spannung. Und jetzt gehen wir auf die vis-a-vis Seite. Auf die zweite Seite. Und den spannen wir hier auch noch. Ja. So, dann auch einmal nachspannen. Dann haben wir da ein schönes Dreieck. Und das bildet auch gleich unseren Boden im Tab. Ja, weiter geht's. Jetzt gehen wir hier auf die Rückseite. Quasi nehmen es bei der Mitte und gehen mit dem Teil nach vorne. So. Und jetzt brauchen wir das erste Mal einen Stecken. Und zwar, ich habe mir hier schon einen hergerichtet. Der ist in etwa 1,60m, 1,70m. Ich habe einen gefunden mit einer Astgabel. Da hängt man den ein. Die Höhe sollte so gegeben sein, dass wir hier eigentlich das ganze Tab zubekommen. Und haben so eine super Wand. Jetzt werden wir hier mal abspannen. Jetzt werden wir hier mal die Schnur holen. So. Ja. Und somit haben wir hier schon einmal komplett zu. Ja. Und das hier am Boden wird dann unsere Liegefläche. Jetzt gehen wir noch her. holen uns das Teil nach vorne. Und können hier eigentlich komplett verschließen. Das mache ich jetzt einmal schnell und dann zeige ich euch das noch einmal. Ja, jetzt habe ich die zwei Seiten noch auch hier abgespannt quasi. Und habe hier eigentlich ein geschlossenes System. Das könnte ich noch zubinden auch. Aber ja. Ja. Und im Endeffekt machen wir da einmal das eine auf. Und natürlich ist das hier etwas eng. Zeige ich euch gleich einmal. Klar, im Fußteil ist natürlich nicht so viel Platz. Aber hier oben auf alle Fälle. Und jetzt zeige ich euch noch was, dass wir ein bisschen mehr Volumen bekommen in das Ganze. Weil so ist es natürlich ziemlich spitz zulaufend. Ja, da können wir jetzt ohne weiteres auf der einen Lasche eine Schnur montieren. Montieren ist gut. Befestigen. Wir holen uns hier ein bisschen einen Stecken. Und können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen nach hinten wegspannen. Dann haben wir natürlich noch mehr Volumen. Und das ist natürlich auch jetzt innen hier bedeutend mehr Platz, was ich euch jetzt gleich zeige. Und das schaut jetzt so aus. Und da lege ich mich jetzt einmal rein, dass man mal sieht, wie viel Platz jetzt wirklich ist. Also wie man sieht, ich kann hier ausgestreckt liegen. Ich habe beim Kopf noch etwas Platz. Und selbst wenn ich zumache, wenn es wirklich regnen sollte, habe ich hier vorne Platz ohne Ende. Also von dem her ist der Aufbau schon super. Man kann natürlich auch noch das vorne wegspannen, sollte es regnen. Das werden wir auch noch gleich machen. Das zeige ich euch auch noch. Ja, ich sage mal, das kann man hier vorne noch einmal so wegspannen, notfalls. Dann hat man hier komplett trocken drunter. Oder man spannt das da hinten noch einmal weg. Also das ist jetzt schon extrem dann quasi. Aber ich sage mal, das reicht so vollkommen. Und je nachdem, wie halt der Wind kommt, so stellt man das halt auf. Aber wie gesagt, das ist halt eine Aufbauvariante. Da ist man komplett geschützt drinnen. Klar wird es im Herbst oder im Winter Kondenswasser geben. Da kann man ja, wie gesagt, notfalls auch den Boden zurückrollen und eine Unterlage verwenden. Aber so ist das Tarp halt sehr multifunktionell verwendet. Ja, so schaut das noch einmal aus von allen Seiten. Klar, man kann jeder einzelne Ding noch einmal extra abspannen, wenn man das möchte. Aber ja, das überlasse ich dann euch jeden selber. Aber ich finde, das ist wirklich gigantisch der Aufbau und echt super und steht auch relativ schnell. Ja, an dieser Stelle mag ich mich noch einmal beim Ritsch für den tollen Aufbau bedanken. Noch einmal danke Ritsch. Also der ist echt gewaltig. Den werde ich sicher noch öfters verwenden. Und wer den natürlich nachbauen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Und wenn ich dann noch ein Video davon sehe oder Bilder davon, würde es mich freuen. In dem Sinne sage ich wieder Danke, hat mich sehr gefreut und Tschau Freude. Das hier ist schon mal in der Luftk offline? Vielen Dank.